So, den nehmen wir mal mit. Yes! Volltreffer! Ganz an den Rand damit und rüber! Yes! Schnell nimmt! Fresst! Feuerbälle! Ja, Treffer! Kann ich auf die... Ach, ich kann auf diese Seile auch hüpfen. Das wäre auch nett gewesen, das zu wissen. Obwohl ich es mir hätte denken können. Oh Gott! Ja, Fail! Nett! Natürlich gehe ich daneben, ist klar, ist klar. Oh, meine Stimme verkackt langsam, das ist nicht gut. Überhaupt nicht gut. Wow! Ah! Oh mein Gott! Wie soll ich das überstehen, Leute? Wie nur? Okay. Nein! Oh, ey, ey, wie unfair. Wie unfair. Bam! Natürlich! Wieso kann ich da nicht drauf springen? Wieso schaffe ich es nicht darauf zu springen? Ich verstehe es nicht. Ich stelle mich wohl ganz einfach zu blöd. Verdammt! Bisschen klüge angestellt und wir hätten das hier auch hingekriegt. Aber nein! Ich habe hier gar keine Lust drauf, mich clever anzustellen. Das war jetzt bis jetzt gut. Gut. Cool bleiben. Cool bleiben. Oh Gott. Ein Glück, dass wir den überspringen konnten. Wow. Oh! Wenn das nicht mal blöd war. Unfair. Wieso genau dann, wenn ich abspringen will? Das ist ungerecht. Das ist nicht fair. Nein! Verdammt! Okay. Oh nein. Da kommen wir ja. Bam! So. Anhalten. Draufjumpen. Auf die nächste Plattform springen. Gut. Volle Konzentration. Oh Gott. Äh, wo geht denn das hin? Ich jump einfach mal hier rauf. So, gut. Äh, was? Hat sie mich ernsthaft getroffen? Hm. Naja. Aber man kann halt nicht immer Glück haben. So. Nein, komm. Komm. Yes, endlich. Boah, ich dachte schon, ich springe hier in die Schlucht. Das wäre echt noch die Höhe gewesen. Na, komm her. Bam. Ach nö, jetzt ist da so ein kleines Mistvieh in der Bahn. Nein, du kriegst deinen Panzer nicht zurück. Bam. Gut, 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 ja. So, ich werde hier wohl ein bisschen ruhiger sein, da das hier nicht ganz einfach zu schaffen ist. Hätte mich nochmal gekillt. Oh mein Gott. Mist. Ich muss es unbedingt als groß bis zu dieser, ähm, bis zu diesem Kugelwildi kommen, sonst habe ich keine Chance. Ja, gut, das wäre reich. Jetzt muss ich nur noch groß dorthin schaffen, aber das sollte kein großes Problem sein. Solange ich mich nicht zu blöd anstelle, wie hier zum Beispiel. Na, komm her. Bam. So. Gut. Passt. Passt. Wow, das war jetzt knapp. Und tschüss Kugelwildi, wir sehen uns nachher. Wow. Oh, 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 oh mein Gott. Alles, was mich irgendwie disorientieren könnte, könnte meinen Tod bedeuten. Wirklich? Nein, das war so knapp. Mann. Oh, 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 oh. So. Oh Gott. Na, komm. So. Nice. Ein bisschen näher, so. Perfekt. Wow. Okay. Na, das ist... Verdammt. Volltreffer! Das kriegt wirklich nur ich hin, oder? Das kriegt nur ich hin. Ach man, so schwer ist die Stelle doch nicht. Herrgott, noch mal. Den Pilz eingesackt. Eine Checkliste. Den Koop... Die Koopas Plagg gemacht. Hey, was macht denn der dort hinten jetzt? Ich hab die beiden ganz klar... Vernicht... Du Mistkerl. Du kannst mich mal kreuzweise, Koopa. Aber wirklich. Gut, keine Zeit, mich über Koopa zu beschweren. Wir müssen hier weiterkommen. Und tschüss. Okay, die Stelle nachher wird jetzt happig, da ich nicht getroffen werden darf. Oder ich mach's so. Oder ich mach's so. Mann, ich hab's so knapp nicht geschafft. Mann. Ach du Heilige. Ja gut. Wir haben's endlich geschafft. Und... Hoff zum nächsten Level. So. Was für böse Taten werden wohl heute geschehen. Oh Gott. Ja, das habe ich leider nicht gewusst. Ja, ja, ja. Auf ein neues! Yes! Ja, genau das wollte ich. Ich wollte euch mal demonstrieren, dass ihr eben die Steine nicht berühren dürft. Was eigentlich überhaupt nicht offensichtlich ist. Aber naja. Wow. Gut. Geht mit Drehsprung? Ja, voll. Mit Drehsprung klappt's. Wow. Aha. Trottel. Yeah. Das war jetzt gut. Oh mein Gott. Oh, geschafft. Okay, wo gehen wir durch? Hier geht's durch? Ja, egal. Gehen wir hier durch. Ich hoffe bloß, dass ich jetzt hier nichts Selbstmord damit begehe. Ja, bis jetzt nicht. Bis jetzt sieht's sogar gar nicht mal so schlecht aus. Sieht sogar ziemlich gut aus. Ah, jetzt bin ich wieder hier. Okay, jetzt kann ich länger in der Luft bleiben. Cool. Ja, für die Feder hat's das ja schon noch gebracht. Ja. Nein! Ach man. Raufklettern, raufklettern, raufklettern. Wir haben's rauf geschafft. Oh, die Yoshi! Jetzt blääh. Ich bin so ein bisschen sprachlos. Woop. So. Okay, diesmal holen wir... Ja, okay. Je nachdem. Nee, wir holen sie nicht. So viel... So viel Zeit in Anspruch dafür nehmen will ich jetzt auch wieder nicht. Hier ist Yoshi again. Können wir das... Nee, warte mal. Einen Augenblick noch. Ja, das sollte doch klappen. Na, machen wir das Ganze halb ohne Yoshi. Na, geht auch. Ähm. Okay, sorry. So ein perfektes Timing für den One-Up habe ich jetzt auch wieder nicht. Ich kann vom Glück reden, dass ich überhaupt noch am Leben bin. Mist, Kerl. Ach, so knapp. Wow. Wow. Schnell weg hier. Warten. Und weiter. Da kommt bestimmt was. Oh, nee, doch nicht. Aber hier natürlich. Bam. Wow. Wow, 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 wow. Ja. Wow. Na, komm her. Komm her. Ich wollte eigentlich drüberjumpen. Ach, ich hätte einfach drüber springen müssen. Ach, Mist. Na, immerhin. Zwischen. Point, sozusagen. Das ist schon mal... Was? Wow. Boop. Boop, 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 boop. Was war das denn? Was zur Hölle war das? Kein Kommentar. Äh. Obwohl, mein Kommentar habe ich doch schon abgegeben. Bam. Das ist einmalig, was ich hier euch präsentiere. Das ist wirklich einmaliges Bildmaterial. Das darf ich meinen Kindern dann auf gar keinen Fall zeigen. Oh mein Gott. So. So. Bam, bam. Mal gucken. Wenn es zu schlimm wird, dann werde ich, äh, ja, werde ich euch das hier nicht mehr präsentieren. Wenn es nicht, wenn ich es irgendwie noch schaffe, was nicht so den Anschein hat, dann wird es wohl vielleicht anders aussehen. Und ich hoffe mal mein neues... Ja, okay, dann kann ich gerade auch mal so ein bisschen mit euch reden, wenn ich hier gerade so am Film bin. Ähm, ich habe euch ja schon gesagt, dass ich mein Headset bestellt habe. Und, äh, jo, das wird dann hoffentlich... Also bei mir kann man nie sicher sein, da kann immer irgendwas schief gehen, ohne Witz. Das und jenes. Deswegen sage ich nur, voraussichtlich wird es diese Woche erscheinen. Ähm, ja, also... Heute ist der 15. Irgendwann diese Woche. Hoffe ich zumindest. Ansonsten wäre das ein bisschen nervtötend. Und ich hoffe mal, die, äh, Mikroqualität ist dementsprechend gut. Ich rede vom, äh, Logitech. G35. Ich habe gehört, das soll sehr gut sein. Und auf in die Lava. Och, man. Ich habe gehofft, du jumpst in die... Yes! Genau, darauf habe ich gehofft. Okay. Nio. Nio, 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 nio. Und jump. Wow. Äh, wie soll das denn gehen? Keine Ahnung. Weiter geht's. Wow, genau 40. Geil. Ähm. Ja, ich rede vom Logitech G35. Das soll sehr gut sein. Aber... Äh, ich hoffe, dass es nicht schlecht sein wird. Da ich auch ab und zu von einem, äh, Piepen im rechten... Äh, in der rechten Ohrmuschel gehört habe. Und das klingt ehrlich gesagt nicht ganz so gut. Ich hoffe, das tritt bei mir nicht auf. Aber, naja, man weiß... Man kann nie wissen, was passiert. Ich hoffe bloß, dass es nicht so sein wird. Larry's Castle. Gut, unser letzte... Vorraussichtlich unser letztes Schloss. Oh, Mann. Oh, Mann, Mann, Mann. Das gefällt mir jetzt schon nicht. Oh, sieht das freundlich aus, nicht? Oh, Gott. Oh, Gott. Nein, ich bin tot, oder? Oder auch... Nicht. Ich bin noch nicht tot. Ich bin noch nicht tot. Ich lebe noch. Noch ist es... Nicht zu spät. Okay, bis... Jetzt sieht's nice aus. Komm schnell her. Danke. Och, bitte, Checkpoint. Bitte irgendein Checkpoint. Sowas hier zum Beispiel. Oh, Gott. Mist, verdammt weit gekommen und dann am Schluss doch nicht geschafft. Schade, schade. Jetzt müssen wir als kleiner Mario weiter bangen. In dieser schlimmen Welt voller böser Fallen und böse Menschen, die dich alle umbringen wollen.